Leute, was geht? Ich bin Ali. Und ich bin Tisa. Das ist unser neuer Kanal. Und mein Bruder macht am meisten Fortnite-Videos. Ich mach zwar auch Fortnite-Videos, aber er macht am meisten. Und ich mach auf diesem Kanal ebenso Handyspiele. Wie ihr schon seht, hier Roblox. Und ja. Dann spielen wir mal Adopt Me. Let's go. Also, wenn ihr mich adden wollt, ich zeig euch gleich meinen Namen. Schreibt mir einfach rein, ob das Video gut ist oder nicht gut. Weil das ist einer meiner ersten Videos. Früher hab ich auch YouTube gemacht. War aber nicht so jetzt erfolgreich. Und ich lege meinen Namen hier. Ich mach ein bisschen leiser. Okay. Hier sieht man ein Haus. Hier so Party oben. Hier so ein Tisch. Der ist aber Anfang an hier. Da hab ich im Fernseher und im Sofa gemacht. Hier hab ich ein Klavier gemacht. Das ist so, wenn man Langeweile hat, kann man auf dem Klavier spielen. Statt zum Spielplatz zu gehen. Zum Beispiel jetzt die Leute, die das nicht wissen. Ich hab jetzt ein Zauberkassel gemacht. In der Mampa. Die war schon da. Und das weiß ich, wie das Bier gekommen ist. Das hab ich nicht gekauft. Weiß nicht. Ja, guck mal. Hier ist das erwachsene Zimmer. Also mein Zimmer sozusagen. Das ist ein bisschen vorgelogen. Hier ist das A. Hier ist das Badezimmer. Das Kinderzimmer, ihr fragt mich jetzt bestimmt, warum das Kinderzimmer mädchenhaft ist. Ich spiele meistens mit Mädchen, weil die meisten Jungen spielen von selber. Die können Frister machen. Für Donuts. Das kann man hier vielleicht spielen. Den sieht man nur im Klinken. Ich glaube, ich hab schon im Klink. Hier. Ich mag weil generell jetzt auch in Real Life. Hier seht ihr meine Skins, die ich gemacht habe. Ja. Ich nehm mal meinen Hauptcharakter. Den nehm ich nur so manchmal. Das ist mein Hauptcharakter. Ich hab jetzt noch nicht so viele Pads. Also ich hab schon Pads, aber nicht so viele. Deswegen auch in diesem Video kaufen wir uns ein paar Eier. Zum Beispiel hier. Ich spare, also ich hol mir als nächstes ein Schleif-Pasin. Ich spare heute für ein paar Königseier. Ich weiß nicht, wie lange das Video gehen wird, wenn ich jetzt auch sparen möchte. Deswegen, dass es am besten, wenn man ein Kind ist. Plus ein Haustier. Kann man Doppelgelt verbringen. Hier. Vielleicht kaufen wir uns heute von jedes Ei eins. Hier Cracket Egg. Da mit einem Eischung-Ei. Hier dann Cracket Egg, aber ganz normales. Und Königsei. Doch zuerst. Obwohl. Okay, wir machen es so. Schreibt mir mal rein, ob der Zug mal wieder rein kommen wird. Weil ich glaub, der war schon einmal drin. Und die Bananen war wirklich auch schon einmal drin. Weil wenn er nicht mehr rein kommt wird, dann kau ich mir da nicht zu. Aber auch nicht. Aber komm, ich brauche mir sonst wieder diesen Geschenkel. Heute habe ich zum Beispiel eins im Wunsch bekommen, ne? Ich kriege einfach nichts Gutes raus. Regle hier Hundeköpfe. Hundeteddybärköpfe jetzt. Hundeköpfe. Hier. Keine Ahnung, was es bringt. Ich glaube, es ist einfach nur ein Teddybär. Bringt aber nichts. Der Opfer hat Geos. Äh, ich füttere ihn. So. Und zu Hause habe ich euch die Kette gezeigt. Hier sind die Potions, die ich gemacht habe. Speed Potions da hinten hier. Danke. Und hier habe ich Kopf, äh, den Großkopfpotion. Ich hatte so viele davon, dass ich mir alle verschenkt. Ich könnte jetzt noch ein paar verschenken, wenn ihr wollt. Mal gucken. Mal gucken, wer traden möchte. Oh, ne. Ich will traden. Ich will nichts anderes. Traden. Wie könnte man es denn so traden? Abdel. Ich bin mein Roblox, aber das ist so ähnlich. Deswegen trad ich mal mit dem. Mal gucken. Ich denke, so gut. Ich würde traden hier was. Und die Bezahlung kommen. Also, wir wollen das Gericht umsonst, das Gericht umsonst, das Gericht umsonst und das Gericht umsonst. So. Wieder nimm ruhig alles runter. Ich geb es umsonst. Ich schwör bei Gott. Ich geb dir es umsonst. An niemand. Oder du brauchst nichts zu geben. Die meisten denken, ich will irgendwas dafür haben, aber ich schwör bei Gott, ich will nichts dafür haben. Lass mal Screenshot. Immer die ich zeige, was Leute für so eine lächerliche Potion ausgeben. Weil das ist zwar auch nicht besonders, was der mir gibt, aber es ist besser als eine Portion, die ich umsonst bekomme. Also, ich zeige euch ruhig zu Hause auf dem Kessel. Ich hab hier es und wir müssen auf den Kissen. Ich hab hier die Sinne crazy. Okay, also ertrinken, nicht auch ertrinken, sorry. Warum denn ich schwör bei Gott? Ich bin jetzt nach Hause. Ich finde jetzt mein Haus direkt neben dieser Ausgang, ne? Ja, das kann ich einfach warten. No le problemo. So, ich bin jetzt mal rein. Das ist mein Haus. Okay, das ist mein Haus. Ja, dann wirst ich den dritten. Ich hab hier. Ich mach ein bisschen. Hä, das ist so unlogisch. Ich hab ne Idee. So. Und jetzt hör ich mir ein Otter. Ein Otter, sagte ich. So, boom. Kannst du sowieso fliegen? Okay. Was müsst ihr machen, wenn ihr mal im Haus, in irgendeiner anderen Welt, keine Ahnung was, eingeschlossen seid? Nice. Das Ding ist, der Otter ist ausgewachsen. Äh, hier sind übrigens meine Treibungen für die Pads. Ja. Oh, das Otter, da bist du. Tricks, hier alle Tricks. Er ist ausgewachsen, weil ich ihn echt eigentlich Fly haben soll. Nicht Fly, Neon. Ah, dann hab ich getradet. Ähm. Ja, hier einfach drauf drücken. Bearbeiten. Sachen. Ich zeig euch, wo es das gibt. Und geht jetzt zu seltene Dinge. Da selten. Und dann hier am Anfang die ersten beiden. Das linke wurde, glaub ich, weniger gemacht. Das hat, glaub ich, mehr gekostet. Das ist dieser Großkopfzauertank. Und das andere, was 650 kostet, ist der Speed Potion. Ist das Speed Potion. Ey, könnt ihr mir mal schreiben, was diese Fässer da sind? Diese blauen und so. Ich weiß nicht, was die bringen. Hm. Snackhaft Kessel. Oh mein Gott, ist der... Was? Ich wusste nicht, dass es einen gibt. Ey. Soll ich auf den sparen? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ich auf den sparen soll. Also, ich hab versprochen, dass wir jetzt Eggs holen. Aber ich könnte ruhig auch auf den sparen. Nächstes Mal. Weil ich verdiene das schon Geld. Ich verdiene gerade gar nicht Geld, weil ich den Film einfach so mache. Jetzt fang ich aber an. Ja, ich hab auch schon eingekauft. Essen. Ich hab Durst. Fütteln. Rol. Und... Rol. 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 nein da wird nichts angezeigt hier habe ich diesen party keine sagen ich hole nur ein bisschen mehr für den darf nicht vielleicht kommt nicht mehr ich Ich finde, das stört schon im Haus, weil wenn ich jetzt losgehe, dann sind das so. Das stört schon ein bisschen. So, was sollen wir jetzt machen? Ich habe Durst. Ich sehe jetzt auch, wenn ich Tosche trinke. Oh ja, trinken. Warum ist die Flasche nicht so voll? Keine Ahnung, weil ich weiß nicht. Naja, halt die. Wo war es, was kommt? So genau. Deswegen war das Flasche nicht voll. Weil ich nur ein bisschen nach dem Funk und fertig. So, boom. Jetzt geht es zur Schule. Ab zu spielen. Ich weiß zwar gar keinen. Let's go. Nice. Steht hier? Bruder, das ist rassistisch, was du da machst. Bruder, das ist rassistisch. Bro, ich habe nichts gegen dich und das ist ehrenhaft, dass du da schreibst. Aber wenn du sagst Black Lives Matter und nur weiße Hände malst, das ist schon rassistisch. Findest du nicht? Ich habe das auch schon mal an die Tabel geschrieben, deswegen habe ich das. Und schreib mir jetzt nicht rein. Es ist rassistisch, wenn ich weiß, äh, äh, Gelb jetzt auslasse. Ich lasse dann kein Gelb aus, dass das jetzt jemand reinschreibt. So. Ich finde, Gelb passt nicht, aber es wäre dann rassistisch, wenn ich das machen würde. Wenn dann hier weiß und dann ja. Und so ist das viel besser. Ja, ich weiß, es sieht doch scheiße aus, dass Gelb in der Mitte ist, aber egal. Israel ist nichts schönes Land. Bruder, was ist ehrenlos? Ich komme zwar nicht von Israel, aber, ähm, das ist schon scheiße. Deswegen schreibe ich, ähm, Schule, ist gut. Hier. Aber warte, ich habe eine bessere Idee. Das ist keine normale Schule. Das ist, ein, nee. Scheiße, nee, nee. Pet. Das ist cool. Hm. So geht's auch. Let's go. Dann gehen wir jetzt raus. Scheiße, hab ich viele Sachen zuerst. Alter, guck mal. Ich bin dir dummatt. Weiß ich, ob es gesund für dich ist, aber, ah, bin dir einfach. Hm, ich habe Durst. Was? Schon mal wieder? Wahrscheinlich kriege ich denn Durst. Eine Flasche sieht gleich aus. Ich kaufe gleich vielleicht noch einen. Aufnahme läuft noch. Werdet live miterleben, was ich aus dem Königseil bekomme. Jetzt ist es gut. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Warum habe ich keine Mannen gekauft? Wo ist auch keine Mannen gekauft? Du bist keine Mannen gekauft. Keine Mannen, Mannen. Keine Mannen, Mannen. Das ist nicht so. Dann sind wir wieder. Dann sind wir wieder. Let's go! Ich hasse es, wenn es still ist. Ich hasse es für alles. Hier ist übrigens das Schloss. Wenn man durchs Boot kommt, ich fliege immer gerne dahin. Jetzt kann ich fünf Dings ausgeben. Ich spare immer auf irgendwas, also nicht auf nichts. Jeder spart immer auf Königseil oder auch. Ich spare meistens für Königseil. Okay, Otto. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mir eine ausgebildet. Schlauch schneller. Ich will auch schlafen. Ich will auch schlafen. Ich will auch schlafen. Ich will auch schlafen. Was machst du? Ja, ich will. Ich habe einen. Ja, ich war gerade drin und wollte nur kurz gucken, was ich so mache. Was ich so trade. Ich will immer gerne traden, ne? Ja. Ich will nicht mehr schlafen. Mal gucken, was du so tradest. Was du so tradest. Ja, aber dann leg die mal ab. Die tradest, mal gucken. ich habe so viel man jetzt verdient ich habe die leute gar nichts dafür geben ich hatte viel mehr hier portion hier diese portion der speed portion noch eine ich weiß nicht warum das macht um zu scannen ich will auch nicht scammt das käme ist ehrenlos wenn man es kennt stellt ihr mal vor dann wird euch einfach erzählt das finde ich auch scheiße ich habe jemanden getroffen die hat gebettelt obwohl sie nicht gescannt wurde weil erst sagte sie ich wurde gescannt okay das kann passieren danach sagte sie ich habe heute geburtstag und mein traum ist im flypad eine minute danach oder das ist so ein faker hier ist übrigens dieses haus kaufen ist immer der beste ort also was hier ist die spielplatz weil mir langweilig ist da gelangweilt die lange langweilig ist langweilig geht es um später um dort etwas spaß zu haben jetzt gehe ich einfach nach hause ich weiß nicht ob das mit pets auch funktioniert ich kann euch sagen wo das kavier in welcher kategorie ist weil ich habe das bei einer freundin gesehen jetzt nicht so zusammen sondern nur freundlich freundschaftlich hier die geht einfach auf bearbeiten sachen dann hinten irgendwo dann glaube ich war es schlafzimmer war es wenn nicht schlafzimmer dann gucke ich nach ich glaube dann geht es hier auf ich habe keine ahnung ja da war es glaube ich habe es gerade gesehen wenn nein dann dann zeige ich euch es nämlich hier ist es entweder bei wohnzimmer nicht schlafzimmer tp fernseher tische büro war das glaube ich büro ja da 200 dollar büro war das mit dem spielplatz unten rechts blinkt ihr seht mehr prozent oben bei das ist übrigens auch mein name im spiel ihr könnt mich einfach adden wenn ihr bock habt weil ich habe auch ich glaube ich habe zu viele addendiert bei euch nicht mehr mal gucken aber das ist auch praktisch wenn man zu Hause ist wenn man so einen Bock hat zum füger zu lassen jetzt gucke ich das auch mit potzlieder ich brauche von die potzlieder gerne so schön mit matratze machen ne das ist lustig irgendwie schon so was ist noch büchen spiele weiter blöd oder spiele wahrscheinlich haben schneller spiele schneller spiele schneller nice das kommt so nütz so hier habe ich übrigens auch ein leiser so weil manchmal weil ich keinen Bock hoch gelassen deswegen lad ich mich einfach hier weißt ich habe den Boden extra so gemacht zwischen Jungs wenn die Mädchen das Mädchen dass da hinten werde ich gleich ändern so dass es neutral ist weil sonst ist es irren bisschen nur Mädchen weil wir haben Urfrüh ist für alle Urfrüh ist für alle da wenn die Mädchen Jungs bett für Mädchen und Junge hier muss ich eine Farbe bearbeiten schreibt mir eine gute Farbe für beide rein ich glaube schwarz ist eher für Jungs aber ich mag schwarze Farbe voll ähm gelb würde ich sagen gelb ist eine Jungs- und Mädchenfarbe es gibt eigentlich keine Jungs- und Mädchenfarbe aber trotzdem mal gelb spielen noch ja ich glaube hm ich glaube das ist auch eine Jungsfarbe ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich ist das Chris ja nein ist er nicht nicht mehr alles anders da rauf hat doch ich habe immer der 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 Wir gehen hier raus. Bis jetzt habe ich nicht mal ein Ei. Also das Video wird noch lang dauern. Ich glaube, wir werden sogar sehr lange Videos machen, weil wir einfach Spaß dabei haben, Videos zu machen. Das macht echt Bock, auch zu schneiden. Ja, schneiden geht. Aber ich glaube nicht, dass ich so viel schneiden werde, weil es gibt auch nicht bei mir so viel zu schneiden. Weil ich mache nicht so viele Fehler und Fehler sind mir eigentlich egal, weil ihr merkt es auch. Ich werde, glaube ich, nicht schneiden. Ich werde gucken, ob diese App gut ist, weil ich kann nicht cutten, wenn ich jetzt cutten. Also ja, ich glaube, ich habe mich falsch verstanden. Cutten. Wenn ich euch was schon Bock habe, also wenn ich euch ein bisschen Zeit sparen möchte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wo es sehr lange dauert, cutte ich einfach. Bei dieser App geht es nicht. Weil an den Seiten sieht man nichts, sondern hier oben sind nichts. Ich weiß, dass wenn die Haltigkeit so runtergetriegt ist, außer da meine Brille nicht rein. Meine Brille ist da hinten. Ich gehe so lange... was soll ich denn noch machen? Wartet. Ich gehe jetzt zum Campingplatz. Ich gehe jetzt zum Campingplatz. Obwohl... Ja, er hat Hunger. Du bist jetzt gefüttert. So lange werde ich was trinken. Ähm... Ja, was soll ich jetzt? Ich gehe jetzt zum Campingplatz. Ich gehe jetzt zum Campingplatz. Ich gehe jetzt zum Campingplatz. così chip herein. Aber irgendwie ist schon unnötig, weil hier sind die Все hier drin. So... Jetzt... schließen und es ist auch nicht schließen schließen ja, Otto ist auch gut und ich auch komm, Otto komm her so, jetzt können wir auf jeden Fall traden nice früher hatte ich ja ein Ritepad das habe ich getradet ähm weil hat das meiner Cousine geschenkt ich wollte dieses hier auch meiner Cousine schenken aber die hat es mir zurückgegeben ja das 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 Ding ist, sie spielt viel mehr also sie mag Roblox viel mehr als ich und investiert viel mehr Geld als ich für Roblox ich investiere auch schon Geld also sie viel mehr ok wie viel kostet diese Tür eigentlich könnte ich verbrauchen die Tür kostet ah nein jetzt kommen wir davon mal gucken mal gucken wie viel die Tür kostet vielleicht kaufe ich die nächstes Mal statt Rite Potion oder so die ist mir schon wichtig ja geht es 2 Euro, ich habe 51 Cent und wie seht ihr es auf dem Konto ja ich könnte mir irgendein Spiel Minecraft weiß ich nicht wie viel es kostet ich kaufe mir irgendwann mal ein Minecraft ok duschen dann gucken wir auf die Tür die Tür ist mir die Tür ist mir abgelegen oder du hast fast einen Drive-Pack bekommen wenn du dann fährst äh was ist mir noch die Tür ist mir die Tür ist mir die Tür ist mir die Tür ist mir wenn ich zwar ich traite immer das hier wenn ich gute Sachen stellen möchte ja nee wenn ich ehrlich sein darf würde ich jedes hier behalten gar ein Hund statt Motorrad obwohl HUND würde ich schon den Motorrad weg geben aber warte mal gucken was sie macht wenn ich jetzt einmal nur ein pfund außer abliegen natürlich aber ich habe ihn gerade für den dings getradet ich hatte erst dieses auto da habe ich fast gegen das 1 600 passen zwar viele reihen aber passen nicht mehr rein Ich habe zu viel geredet. Ich rede viel. Zu viel, glaube ich. Otter hat Durst. Ich gehe gleich einkaufen, Alter. Ich habe keine Flasche mehr. Du machst mich arm. Trink, 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 trink. Okay. Ich habe getrunken. Jetzt laschen hier meine Eiche. Ich hause. Wir lassen jetzt noch viel hier. Ich habe nicht mal ein Ei bis jetzt. Bis jetzt. Oh Gott. Warten. 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 Er will unbedingt auch ein Video machen, ne? Er will unbedingt ein Video machen. Also, du darfst gleich alleine ein Video machen. Ja, das ist doch. Ja, lass mich einfach das Video machen und fertig, okay? Nach dem Video darfst du so lange wie du möchtest, also. Ich denke jetzt nicht, du wirst auch nicht lange sein. Ich kenn dich. Du wirst das Video so mehr als eine Stunde machen. 2, 4 und 3 Stunden. Ja, wir haben so Spaß am YouTube. Was wollte ich machen? So, ich habe ihn doch gerade gefüttert. Und deswegen stoppe ich immer das Right, das Right, wenn nicht. Leute können sagen, es heißt, Right, Right, ist einfach also. Pause. Oh, er macht nicht die Tür zu. Tür ist zu. Okay, wir haben das Türste, oder? Dann war klar, dass der Unterdürste. Bei drüben ist es jetzt so, dass wir bei drüben, äh, guck, äh, nennt die Flasche in der Hand. Ey, bitte, sag mir nichts. Oh nein. Oder ich habe jetzt eine Flasche mit Jones ausgegeben. Ach, er hat dann noch bekommen. So, dann soll er irgendwie die Flasche aus meiner Hand. Ich bin jetzt auf eine. Scheiße, ich glaube, ich habe die. Ich habe gerade... Oh, ho, 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 ho. Ich habe nur noch das und einen Elnern-Drink. Ich gehe gleich einkaufen. Ja. Trink, ja. Habe ich überhaupt... Ich habe keinen Durst. Ich habe meine Flasche halb, äh, aufgetrunken und habe niemals Durst. Ich gehe diesmal oben baden. Ja, du warst hier und ich war mir ein bisschen cool. Oh nein. Stop right. Boom, Otter. Boom. So. Ja, wenn du campen oder schlafen. Campen wäre nice, weil man verdient dann sehr viel Geld. Schlafen verdient dann nicht viel Geld, also ganz normal. Ja, kein Campen. Ich habe einen Schlafen. Okay, habe ich hier. Ja, ich meine es selber. Ja, ich meine es selber. Ich meine es selber. Ich meine es selber. Ähm, so. Nein, ich meine es selber. Nein, ich meine es selber. Nein, ich meine es selber. Das hier ist übrigens mein normaler Roblox-Avatar. Und, na, das ist mein normaler Roblox-Avatar, weil, ja. Ich werde es irgendwann mal ein besseres machen, weil, als ich den gemacht habe, war mir das ein bisschen, äh, das ging komplett egal, wenn man es kimmeln darf. Äh, ja, du isst, ich bin jetzt meine letzte Flasche wohl. Ist egal, ist egal. Du trinkst so viel, du isst so viel und trinkst so viel, wie du willst, ne? Ja, wenn er jetzt das was nicht auftrinkt. Ich habe nicht das Geld bekommen. Oh mein Gott. Nein, ich bekomme nicht das Geld, ich bin so doof, nein, hör auf zu essen, hör auf zu essen. Oh gar, ist meine Scheiße da. Ungewöhn, ja. Ich werde jetzt nicht austicken, warte noch. Denn wieviel kostet nur das Geld Deepwater? Breuche 1450, wenn ich nicht täuschen wonach? Boge ist für meinen Wingsadar auf dir. Legst mich wieder. Bleib. Legst mich sehr. Hakuske seid. Herzregale Farbeammer. Herzlichreich, denke ich! Für dich. Komm mit. Scheiße. Babys kann man ja mitnehmen, aber dir anscheinend nicht. Ich habe Durst. Ich habe kein Trinken mehr. Egal. 1450 habe ich das gehabt. Ich habe Durst. Nicht ich, der Otto. War mir nicht klar, aber... Kann man es nicht ausreichen? Ich komme da oder so. Hier ist der Sportmarkt. Da hinten ist es. Das heißt nicht schon. Wo läuft es nicht eigentlich? Ähm... Ach da. Jetzt kann man Pause machen. Nein, ich muss duschen. Ja, komm gleich. Und hier ein bisschen Wasser. Ich nehme wieder meinen Haupt-Avatar hier. Ähm... Mal gucken. Meine Cousine spielt auch manchmal hier drauf. Ich habe hier noch ein bisschen kräftiges Rüben. Ähm... Silber... Ja, dieser... ... ist mir immer noch ein bisschen für den Rüben. Ähm... Weil ich wusste gar nicht mehr mal... Vielleicht die Rüben. Wasser, ne? Wasser, ne? Wasser, ne? Wasser wüsste ich nicht sehr viel Wasser kaufen. Soviel ich vor mir drauf zu bekommen. Ist die da mit der Südenschwein? Ich denke jetzt nicht zweiträglich. Aber, ich bin lieb. Da ist das Wasser, ich muss schon mal reinziehen. Er kann uns durch keinen Händ runner goat kaufen. Ich habe die neue Warte, 01, 02, 03, 04, 0 ja, das, das ist die Person. Ich kann durch so viel Geld rausgehauen. Moo für Wasser, kann das sein? Egal, okay. Duschen, Schwimmen. Wer hat Durst? Okay. War mir irgendwie klar, Bruder, warum hast du so oft Durst? Du kannst nicht trinken, was du willst. Ich hoffe, wenn ich jetzt einmal runtergehe, würde ich nicht mehr Durst sagen. Und komisch ist, wenn ich nicht trinke kann. Also beim See vielleicht könnten die Tiere trinken. War doch schlau, oder? Weil, ja, die meisten machen das. Füttern, Pordel, Wimgen. Und die Tiere drunter passen. Oh! Nice. So. Oh, wie mean das ist. So ist er. So hab ich den immer benutzt, als ich Erkan 2 hatte. Als ich nur Rock hatte. Ah, den Otter brauch ich, glaub ich, nicht mehr. Also, wer einen guten Trait für den Otter hat, den könnte schon raushauen. Ja. Weil, ich will sowieso mein Kasyon zum Fly machen. Entschuldige. Ähm. Der Otter ausgewachsen kann Fly. Hm. So, und was der so tradet. Ich setze direkt den Otter. Mal gucken. Oh, hat er viel Fly on Drive. Ne. Oder ich trade hier. Ne. Ne. Ich hatte dieses Flypad mal, aber ich hab's getauscht. Ist es ausgewachsen? Ne. Ausgewachsen. Dann trade ich's nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, dann lauf ich den Otter für mich viel neiser. So, ich glaub, der ist sogar seltener, wenn er mir geben wollte. Also, Otter ist viel neiser. Oh, das ist immer schon wieder. Ich hab's nicht für mich tradet. Bruder, was lehnst du ab? Ich hab mir Geld aufs Spiel. Komm mal. Ja, ich hab jetzt zu lieben Tanz. Ja, ich mach. Ach so, den Astronauten. Ja, ja. Nice. Mach zu. Wir meinst du. Wenn du jetzt mal liebe dich rein. Das war's. Was ist das? Hä? Ja. Was ist das? Was ist das? Ich hab's bei meinem Ried weg. Was ist das? Was ist das? Na. Was ist das? Ja. Wie ist das? Das ist unser Opfer? Ja, das ist unser Opfer. So, das liegt das alles. Aber er ist förestig. Ist das wichtig? Das ist ein richtiger Suchtier, er spielt nichts anderes außer Fortnite. Schreib mir mal irgendwelche Handyspiele bzw. PS4 Spiele, die kein Geld kosten. Weil wenn ich mal PS4 Karte kaufe, dann verballert sie direkt am Rieber. Deswegen schreib mir einfach Handyspiele. Kann ich die austesten. Oder PS4 Spiele, die kein Geld kosten. Ja, weg. So, Schnupze, Schnupze, Dusche und das Trinkte dabei sein. So, Wasser. Habe ich gesagt, Wasser ist sehr wichtig. Also, ich meine es jetzt ernst, ne. Vom habe ich Wasser, mein Geld, mein ganzes Geld, nur für Wasser verballert. Ich hatte so 70, weil Wasser geht sehr schnell vorbei. Aber Wasser ist auch das Wichtigste hier. Nicht das Wichtigste, aber einer der wichtigsten Gegenstände. Weil man kriegt gut Geld und Wasser kriegt man dann häufig. Man kriegt gut Geld und das sehr oft. Und man bekommt eigentlich das Wichtigste. Ich glaube 15 ist das Wichtigste. Ich glaube 15 ist das meiste. Das Wichtigste. Das Wichtigste. Ähm, 799. Nicht euer Ernst, 799? Warum? Digga, das bist schon an. Ich will ganz immer ein Video machen und dann immer die 99er zahlen, Alter. Was für ein 99er, ey. Ich glaube, das wird jetzt überall sein. Dann habe ich so 399. Nicht 499. 1.399. Fehlen ihm nur noch 51. Und dann, wenn ich bei 50 bin, fehlt mir nur ein Bug. Dann raste ich komplett aus, wenn das jetzt wirklich so ist. Wenn ich so bei 1.449 bin. Dann raste ich komplett aus. Was? Ja, hört die da oder was? Und manche tun so, als ob die... Hab ich euch vorhin schon erzählt, ne? Die sind ja so abgelohnt, Alter. Die tun so, als ob sie traurig sind. Die haben mich leider reinkommen. Ich trade die schon mit denen, damit gucke, was die dafür traden. Aber die meisten traden gar nichts dafür. Das regt mich schon auf. Dann gebe ich denen irgendwie Potions oder so. Aber... Das sind keine Fly Potions oder so. Diese Potions hier bin ich irgendwie. Komm. Hier, boom, 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 boom. Äh, aber das war ja jetzt nicht komplett umsonst. Jetzt habe ich euch vorhin schon mal gedacht. Aber ihr versteht euch mal. Das? Wer ist das? Wer ist das? Kennen Sie? Es sind so viele Freunde, die ich gar nicht kenne. Äh, den 1. kenne ich nicht. Den 2. schon. Den 3. nicht. Den 4. nicht. Den 6. nicht. Den 6. nicht. Den 3. spiel ich nicht. Den, keine Ahnung. Lama. Die kenne ich. Ich bin gerade im Server gejoint. Ey, nein. Ja, ich bin im Server gejoint. Egal. Ich habe so viele Freunde, die mich einfach anfragen. die einfach annehme, weil ich bin eben ehrenhaft manchmal. Manchmal nicht, aber manchmal schon. Jeder ist so. Auch der ehrenloseste Mensch ist ehrenhaft auch. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin ehrenlos. Ich bin normal. Warum habe ich mich erwachsen gemacht? Warum habe ich mich dann gleich zum Baby gemacht? Äh, Baby. Und ich spare gerade die Sterne, also die man am Ende immer bekommt, für ein goldenes Ei. Und für 670. Ja, nicht. Schon viel. Aber. Was machen wir? So. Ich mache das jetzt mit meinem Besuch. Ich will unbedingt das ausgerutschen. Es kommt ein bisschen. Hm. Hm. Ich glaube. Wie viel ist das jetzt? Nein. 6. Was? Was ist das? Ach so. Ich weiß, wer das ist. Ich weiß! Und wenn die dejarme? ějějědu! Ich weiß! Wie viel ist das für dich? Kann ich das mal palpen? Ich kann sie mir bl Wochen. ich meine haus ich werde jetzt nicht den lösen machen und abschließen, das passe ich wirklich, wenn Leute das machen. Ich verstehe nicht, höre ich gleich auf. Früher habe ich immer noch verballert, wenn ich den hatte, aber jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt trage ich die mit den Trägen, oder verschenken kann. Ich brauche immer dieses haus, denn das sieht nice aus, aber ich weiß nicht, ob es wirklich nice ist. Warum hat mein Cason keinen Hunger oder so? Ich auch nicht. Davon habe ich mich so beschwert. Ja, jetzt. Es ist eigentlich sehr gut, dass man Lust oder so hat, weil dann kommt man mit Mann. Ich habe kein Problem damit. Das sieht ganz aus wie alles. Wir sind draußen, wenn wir uns mit Mann kommen. Ja, warum schaut man her? Ich hatte gerade nur eine Ahnung, denn ich habe mir Roblox-Freunde und jetzt sind wir zusammen. Auch bei Roblox sind wir eben gute Freunde und ich bin meistens auch Vater und so die Mutter, wenn wir miteinander spielen. Die war aber seit langer Zeit nicht mehr ordentlich. Auch immer mein Style wird ich meinen Hauptskill machen. Okay, mein Hauptskill ist da. Ich finde ihn am besten. Ich mag den Minimum Style. Denk jetzt nicht an den Kanz, den ich gerade gedacht habe. Minimum Style. Ich denke es ist Juni oder Mädchen oder so. Wie soll ichs nennen, wovon Name? so wie sich so durchs gelände anschaute ja du bist ausgeruht kannst du nicht noch ausgeruht ich hänge hier oh nein ich hänge hier mit dem kopf in der decke hast du Lust hier hin das so ich juckte auch gar nicht dass ich in der wand gestoppt habe also wie lange geht schon das video 819 erst ich schaue das noch lange so gegen sowas würde ich schon ich würde das machen die meistens kann man so im auto nehmen oder irgendwas was sie nicht brauchen willst du doch traden oder was willst du doch traden oder was trade also was muss ich machen und das meine ich ne aber rollschuhen ne soll ich ist unnötig ich finde nicht das finde ich einfach unnötig ach ja was kann ich traurig macht man nicht hier ich werde gleich konspiert über die scharfe oder dahinten ich habe das ich habe es nicht aber ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr konspiert ich kann nicht mehr konspiert ich kann nicht mehr konspiert ich habe keine Ahnung, wo ist Unicorn Pien? das sind Freunde oder so? Freunde Unicorn Pien, ehrlich mal können wir irgendwo irgendwas für die Schlager haben, ne? ich bin auch so einer, der gerne addet war es Schule? ich dachte, es kommt zuerst Dings Dings mit den Dingern ich komme jetzt einfach mal am besten Level aber, naja, er hat jetzt schon aber den komme ich sogar am besten Level ich will, weil den von den Film ja ausgewachsen haben kann ja echt nur Tricks werden, das kann man nicht machen ich bin gespannt, da ist nicht vielleicht den nutzt er nicht ich kann nichts drücken ich kann das Spiel nicht verlassen ja, ihr wisst, was ich machen muss ich zeige euch meine Spiele und ihr sagt, was ich austesten sollte ich habe viele unnötige Spiele, aber früher habe ich YouTube gemacht ich könnte mal deine Mutterblitze aufnehmen Challenge mit meinem Bruder hier sind die Spiele diese Spiele auch das sind hier so Dings das sind alle Spiele, die ich habe da oben, mein Town weil ihr auch Bock drauf habt hier Bomberg Fire oder wie das heißt auch noch hier ihr seht hier alles boom GTA Cheats sind das und das sind private Server ähm, die brauche ich aber nicht mehr ich kann euch ruhig mal zeigen, wie das geht, aber ich sage euch ganz normal ich brauche die wirklich nicht mehr und man könnte gebannt werden also empfehle ich euch das nicht zu machen und ich mache auch keine Updates dafür also hier hier zum Beispiel Legendary Brawl Brawl und da könnt ihr vielleicht sehen kommt ein Update wenn da jetzt kein Update kommt dann spiele ich ein bisschen das weil das ist also außer das empfehle ich euch ja guckt Update ähm, nur das könnte ich euch vielleicht empfehlen das Brawl Legendary weil das ist übelst über Power das hat eigentlich fast gar nichts mit dem Normalbewusstsein zu tun hier ist das Sucher App wenn ihr mal darauf Bock habt und das war's dann würde ich sagen bis morgen Ciao